Hallo, ich bin Berena Vried und natürlich wieder Backstage für die DTM für euch unterwegs und nach einer sehr langen Sommerpause geht es endlich wieder los. Wir sind hier im Nürburgring und momentan bin ich in der Markenwelt und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll, aber da habe ich gerade Mario entdeckt und wenn Mario da ist, heißt das Timo Scheider ist auch nicht weit und mit dem werde ich jetzt mal richtig zocken und ihn vielleicht auch abzocken. Mal gucken. Ich bin der kleine Grüne da, oder was? Grün. So bin ich der Grüne. Du hast gar keinen Erfolg. Schon wieder eine Bananenschale. Was machen denn die Bananenschalen auf der Strecke? Mal schauen, jetzt hast du das Steuerbeutel und jetzt hast du mal bei der Seebrauch. Du bist leider fertig, weil du die Zeit überschritten hast. Oh, herzlichen Glückwunsch. Es war ein sehr faires Rennen und ein sehr gutes Rennen. Vielen Dank für die Herausforderung. Timo, du hast mich gerade ordentlich abgezockt, anders kann man es nicht sagen. Ist das vielleicht ein gutes Omen für die zweite Saisonhälfte? Weil ganz ehrlich, gut ist die erste Saisonhälfte nun wirklich nicht gelaufen. Katastrophal kann man vielleicht sagen. Wie läuft das nächste, dieses Rennen und vor allen Dingen, was hast du dir vorgenommen für die zweite Hälfte? Ja, es ist momentan natürlich so, dass wir nach besseren Ergebnissen lechzen. Die Sommerpause war wichtig und hat uns auch ein bisschen was geholfen. Aber wir können nichts erzwingen und momentan gibt es Situationen und Phasen, wo man nicht alles versteht, was man tut und macht. Da müssen wir jetzt einfach die Geduld behalten und hoffen, dass wir Step-by-Step kleine Fortschritte machen. Mein Ziel ist natürlich und muss sein, Rennen zu gewinnen und aufs Podium zu stehen. Daran werde ich arbeiten und ich hoffe, dass es in der zweiten Saisonhälfte vielleicht funktioniert. Und apropos Sommerpause, die war ja ewig lang. Du hast sicherlich viel trainiert, aber hast du auch Urlaub gemacht? Ja, ich war auch ein bisschen im Urlaub. Wir waren ein bisschen in Saint-Tropez, haben ein bisschen die Sonne genossen. Ich war am Gardasee, habe eine Trainingswoche auf dem Fahrrad hinter mir, war mit meinem Car-Team unterwegs und mein Junior eine Menge Spaß hier und dazwischen drin gehabt. Also von daher habe ich die voll ausgenutzt. Und das Rennen steht natürlich bevor. Und was hast du dir vorgenommen? Das ist ja quasi ein Heimrennen für dich. Was hast du dir vorgenommen? Ja, es wäre schön. Ich meine, wir haben in der letzten Startreihe im Qualifying gestanden. Das war natürlich ein Desaster. Da gehöre ich definitiv nicht hin. Wenn man Champion war, muss man Rennen gewinnen und will man das auch. Schön wäre es, einfach einen Schritt nach vorne zu machen. Im Qualifying bessere Performance zu finden, beziehungsweise auch selber mehr zu verstehen, warum, wieso, weshalb das eine oder andere nicht funktioniert hat. Das wäre schon ein Fortschritt. Aber Ziele müssen natürlich sein, nach ganz vorne zu fahren. Absolut. Wir drücken die Daumen, gib du gerne noch mal ein paar Autogramme. Und wenn Sie wissen wollen, wie Timo hier dieses Wochenende abschneidet, dann gehen Sie auf DTM TV und wir sehen uns schon nächstes Wochenende wieder, nämlich in Sandford. Also bis dann. Machen Sie es gut. Tschüss.